Hoch Renate bringt Sonnenschein über die britischen Inseln, die Nordsee und in den Westen Deutschlands. In anderen Regionen Europas bleibt es aber wechselhaft. In der kommenden Nacht liegen die Tiefstwerte bei 3 Grad. Dazu ist es wechselnd, bewölkt mit Regenschauern. Am Donnerstagvormittag wird die Sonne zeitweise von Wolken verdeckt. Die Temperaturen können auf 12 Grad steigen. Der Nachmittag zeigt sich noch freundlicher, aber nicht wirklich wärmer. Der Wind wird schwach bis mäßig aus Nordwest. Am Freitag erreichen die Höchstwerte 15 Grad. Dazu gibt es viel Sonne. Am Samstag zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel. Bei Temperaturen um 15 Grad soll es trocken bleiben. Am Sonntag kann es noch ein bisschen wärmer werden. Und die Sonne bekommt wieder mehr die Oberhand. Der Wind wird auch ein bisschen wärmer. Am Sonntag convert Tempel kannst du noch ein bisschen längst. Vielen Dank.